Eine Frachtmaschine startet in Amsterdam. Sie steigt über der dicht besiedelten Stadt auf. Plötzlich erschüttert ein schwerer Stoß das Flugzeug. Acht Minuten später schlägt der Jumbo-Jet in einen Wohnblock ein. Wie konnte ein Routineflug im größten Flugzeugunglück Hollands enden? Mit Hilfe moderner Computersimulationen können wir heute die Absturzursache für L-Allflug 1862 offenlegen. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Kette unglücklicher Ereignisse. Wir haben nachgeforscht und enträtseln die letzten Sekunden vor dem Unglück. Europa Niederlande Amsterdam 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt Skipphol, einer der verkehrsreichsten Airports der Welt. Hier starten und landen jeden Tag über 600 Flugzeuge. Skipphol ist auch eine Drehscheibe für den Frachtverkehr. Sonntag, 4. Oktober 1992. Es ist 14.40 Uhr. Diese Amateuraufnahmen zeigen eine israelische Frachtmaschine vom Typ Boeing 747, die gerade aus New York ankommt. Bevor sie als L-Allflug 1862 nach Tel Aviv weiterfliegt, nimmt sie noch Ladung auf und wird betankt. 15 Uhr. Die Fracht wird an Bord genommen. Jerry Plettenberg von L-All ist der zuständige Lademeister. Heute werden Konsumgüter geladen, doch einige Kisten sind als Gefahrgüter gekennzeichnet. Jerry weiß ziemlich genau, was darin ist. Auf den Frachtflügen der L-All wird viel militärisches Material bewegt. Apache-Kampfhubschrauber, Radarausrüstung, Tragflächen, Raketen, Triebwerke für Jagdflugzeuge. Diese Waffen benötigt die israelische Armee in ihrem schon 45 Jahre währenden Kampf mit den militanten Palästinensern. Dadurch sind die Maschinen der L-All ein bevorzugtes Ziel arabischer Terroristen. Vor sieben Jahren schossen Attentäter auf die Warteschlangen vor den L-All-Schaltern in Rom und Wien. Dabei starben 19 Menschen. Die Fluglinie rechnet jederzeit mit neuen Anschlägen. Bewaffnete Sicherheitskräfte bewachen Flugzeuge und Personal. Bevor es an Bord geht, durchläuft jedes Frachtstück eine Druckkammer, die versteckte Bomben detonieren lässt. 17.20 Uhr. Flug 1862 hat alle Sicherheitschecks bestanden. Die Besatzung trifft ein und bereitet sich auf den Flug vor. Die 747 ist 13 Jahre alt, doch auf sie warten noch mindestens fünf Arbeitsjahre, bevor sie außer Dienst gestellt wird. Das Kommando hat der 59-jährige Kapitän Itzhak Fuchs. Wie viele Piloten der L-All hat er früher in der israelischen Luftwaffe gedient. Er verfügt über 25.000 Flugstunden Erfahrung. Kapitän Fuchs war ein mustergültiger Pilot. Noch in Badehosen hätten sie ihm angesehen, dass er Flugkapitän ist. Mit Fuchs fliegen Bordingenieur Gedelaya Sofer und Co-Pilot Arnon Ohat, der jüngste der Mannschaft. Gerade 32 Jahre alt fliegt er erst seit einem knappen Jahr Jumbo-Jets. Fluglotsin Henriette von Oppinen wird den Start von Flug 1862 überwachen. An Wochentagen fertigt sie bis zu 200 Flüge ab. Doch sonntags nachmittags ist wenig los. Heute scheint es keine Probleme zu geben. Die Wetterbedingungen waren fantastisch. Die Sicht war hervorragend. Die Flugstraßen nach Skipphol führen über dicht besiedelte Gebiete von Amsterdam. Auch über die 13 Kilometer weiter östlich gelegene Vorstadt de Belmer. In deren Zentrum liegt der Kroneven-Wohnblock. Hier leben fast 2000 Menschen. Darunter auch die Krankenschwester Marlene Trudemann mit ihrem Sohn Guillermo. Jeden Tag zogen Flugzeuge über uns. Daran gewöhnt man sich. In fünf Tagen wird Guillermo seinen 17. Geburtstag feiern. Er ist ein typischer Teenager. Er interessiert sich für Pop- und Kampfkunstfilme. Doch heute ist er mit seiner Mutter in der Kirche gewesen. Die Wohnung der Trudemanns liegt auf der fünften Etage des Kroneven-Blocks. Marlena und ihr Mann Stanley stammen aus der ehemaligen niederländischen Kolonie Surinam in Südamerika. Ihre 14 Jahre alte Tochter Graciela ist ein beliebtes Mädchen und eine gute Schülerin. Immer glücklich. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Und für jeden ein gutes Wort. 18 Uhr. Auf der Startbahn 1 des Flughafens Kipphol startet Kapitän Fuchs die vier Triebwerke seiner 747. LAL 1862 bereit zum Taxi. Er übergibt an Arnon Ohat, seinen jungen Co-Piloten, damit diese Erfahrung mit der 747 sammeln kann. Der vollbeladene Jumbo-Jet wiegt 338 Tonnen. Das schwere Flugzeug benötigte einen langen Startweg. Es stieg nur ganz langsam auf. Sechs Minuten nach dem Start wendet sich LAL 1862 über den Randgebieten Amsterdams nach Osten. Guten Abend. Wir passieren gerade 040. 18 Uhr 27 und 30 Sekunden. Die Triebwerke laufen noch mit vollem Schub, als der Jumbo 2100 Meter Höhe erreicht. Alles läuft präzise wie ein Uhrwerk. Die Crew macht es sich für den Flug nach Tel Aviv bequem. In weniger als fünf Stunden werden sie daheim bei ihren Familien sein. Plötzlich wird die Maschine von einem fürchterlichen Schlag erschüttert. Sie verliert an Höhe und kippt zur rechten Seite ab. Flugveteran Kapitän Fuchs ergreift das Steuer. Ich hab sie. Angestrengt versucht er den Jumbo zu stabilisieren. Schafft er dies nicht, wird die Maschine unkontrollierbar ins Trudeln geraten. LL 1862, Mayday, Mayday. Wir haben einen Notfall. Nach 30 Sekunden gelingt es Kapitän Fuchs, den Jumbo wieder in eine stabile Fluglage zu bringen. Verzweifelt prüft Bordingenieur Sofer seine Kontrollanzeigen, um die Ursache herauszufinden. Sekunden später ein neues Problem. Die Anzeigen signalisieren den Ausfall beider Triebwerke der rechten Seite. Eines von ihnen brennt. Triebwerk Nummer drei brennt. Feuer in Triebwerk drei. Mayday, Mayday, Mayday. Das ist der Albtraum eines jeden Piloten. Kapitän Fuchs muss schnellstens für eine Notlandung nach Skipphol zurückkehren. Er sagt Co-Pilot Ohat, dass er die längste Landebahn des Airports braucht. Wir bitten um 2-7 für Landung. Die Flugverkehrsüberwachung erlaubt dem Jumbo die Rückkehr nach Skipphol. In diesem Fall ist 3-6-0 die Richtung. Richtung 3-6-0. Roger. Der Weg zur Landebahn 2-7 führt das Flugzeug über den Stadtteil de Bilmer, in dem die Familie Treudemann lebt. Wie alle anderen ahnen auch sie nichts von dem Drama, das sich über ihren Köpfen abspielt. Zoom break. LL 1862, eine vollbeladene Boeing 747, ist schwer beschädigt und verliert schnell an Höhe. LL 1862, Mayday, Mayday. Das ist ein Notfall. 18.30 Uhr. Die Feuerwehr geht auf dem Flughafen Skipphol in Stellung. Der Jumbo soll hier in knapp 10 Minuten landen. Die 747 muss über Amsterdam eine Schleife drehen, um die richtige Höhe und Ausrichtung für die Landung zu erreichen. Der Landeanflug führt sie über den Groneven-Wohnkomplex, wo die Treudemanns leben. Marlena und Stanley wollen einen Freund in der Nähe besuchen. Sie sagen ihren Kindern, Guillermo und Graciela, dass sie bald zurück sind. 18.33 und 35 Sekunden. Fluglotse hängt Tabrake, erteilt dem beschädigten Jumbo die Lande. 20.33 und 35 Sekunden.